Hi Leute, ich bin Bastian und mit mir werdet ihr alles rund um das Thema Trading erfahren. Ich bin selbstständiger Trader und seit mehreren Jahren in der Szene aktiv. Ihr wollt Chart-Analysen, Trading-Prognosen und natürlich auch Trading-News, dann seid ihr bei mir genau richtig. Let's go! Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du hier neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich über deine Unterstützung freuen. Deshalb scroll gerne mal nach unten, lass dir kostenlosen Abo da. Du bekommst ja Montag bis Sonntag jeden Tag ein Update-Video, damit du dich ganz genau auf deinen Trading-Tag vorbereiten kannst. Ich würde jetzt sagen, wir schnacken nicht lange rum, wir starten direkt rein. Im Hintergrund siehst du nochmal hier Trade Mania. Bei 1000 Followern gibt es hier ein neues Announcement, was es denn genau damit auf sich hat. Deshalb unbedingt hier mal reinfolgen. Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und wir gehen jetzt hier einfach mal direkt rein in den Bitcoin-Chart. Und ihr seht es hier ganz gut, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart und wir halten uns wirklich wunderbar erstmal hier weiterhin in dieser Range. Das seht ihr hier ganz gut. Gut, das bedeutet, wir hatten hier unten unseren wichtigen Support-Bereich die ganze Zeit angetestet. Das war dann zum einen einmal hier Widerstand, hier ist es dann zu Support geworden, hier ist es dann auch nochmal Support. Und dann spielen wir im Moment das Spiel Support zu Widerstand, von Widerstand zu Support. Das bedeutet, hier könnt ihr das wirklich wunderbar machen, zeichnet euch die wichtigen Support- und Widerstandslinien ein und dann könnt ihr das ganze Ding hier wunderbar traden. Auch die Goldmember bei Bitbull haben das hier dann wunderbar getradet und konnten hier wirklich wunderbare Profite schon mal realisieren. Ja, das war zum Beispiel hier so ein Trade. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, ob sich hier gegebenenfalls wieder was anbietet. Man kann natürlich jetzt sagen, wenn man hier jetzt drunter fällt, über diese kleinere Support-Linie, die wir jetzt hier formen, ist die Wahrscheinlichkeit nochmal sehr hoch, dass wir hier nochmal die 41.777 Dollar antesten. Also genau diese Tiefs, die wir hier als Support bestätigt haben. Auf den kleineren Timeframes ist das nämlich dann nochmal besser zu sehen, wenn wir uns jetzt hier für die Daytrader unter euch den 1-Stunden-Chart einfach mal anschauen, dann seht ihr hier wunderbar, dass wir hier die ganze Zeit wunderschönen Support reinkriegen. Und es könnte sich auch jetzt hier nochmal ein großes W-Pattern hier formen, also ein schöner doppelter Boden an dieser Stelle, was uns dann auch nochmal technisch gesehen, nur technisch gesehen hier Richtung knappe 45.400 Dollar nach oben bringen könnte. Also zumindest mal wieder dann in diese Region von unserem Hoch, das wir uns hier geformt hatten. Viele sagen dann auch, okay, yo Basti, könnte ja auch hier so ein Cup-and-Tannel-Pattern sein, auf den kleineren Timeframe wäre durchaus möglich, aber dann ist auch hier das Key-Level wäre dann dieses Hoch hier an der Stelle, also diese 44.600 Dollar, da müssen wir einfach dann es schaffen, hier drüber zu kommen. Des Weiteren könnt ihr euch auch dann hier eine Downtrend-Linie mal hier so runter zeigen, das wäre jetzt zum Beispiel hier so ein Szenario, was ich mal im Auge behalten würde. Es kann hier aber halt auch durchaus sein, dass sich hier so ein Descending-Triangle formt. Aber man muss auch dazu sagen, Leute, seid bei sowas vorsichtig, im Moment diese Chart-Pattern bilden sich meistens nicht aus. Also entweder haben wir davor schon einen Ausbruch oder wenn wir einen Ausbruch haben, sehen wir dann dieses technische Preis-Ziel nicht, sondern sehen dann einfach den nächsten Move zur nächsten Support-Linie und zur nächsten Widerstandslinie. Aber das solltet ihr einfach mal im Auge behalten, was sich durchaus am Tag jetzt hier ausspielen könnte und hier noch formen könnte. Des Weiteren gehen wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart, schauen uns nochmal unsere EMA-Ribbons an. Die haben wir uns ja gestern hier angeguckt, auch gestern im Livestream. Ja, vielen lieben Dank für den ganzen Support gestern, war wirklich ein richtig geiler Livestream an der Stelle. Auch hier geben wir jetzt erstmal die EMA-Ribbons wieder sehr, sehr guten Support und wenn wir uns hier nochmal den 50er EMA-Ribbon hier nochmal mit einblenden lassen, ja, dann sehen wir auch, dass hier der 50er EMA jetzt genau hier auch nach oben kommen würde und das würde auch nochmal einen sehr guten Support für uns bedeuten und natürlich hier unten unsere 100- und 200er EMA-Ribbons, also das im Auge behaltene und hier oben unsere Widerstandslinie. Ihr wisst auch vom gestrigen Video, dass ich davon ausgehe, dass Bitcoin früher oder später hier reinkommen wird und sich dann hier erstmal ein bisschen aufhalten wird, bevor wir dann vielleicht den Move hier nach oben hin wagen können. Aber ihr seht schon, ja, auf 50.000 Dollar ist es jetzt nicht mehr allzu viel, ja. Also es sind nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 14%, das ist ein Move von 6.300 Dollar, ja. Das kann durchaus dann in den nächsten paar Wochen passieren, dass wir hier nach oben reinkommen. Dennoch sollt ihr eins nicht vergessen und zwar die News, ja. Und zwar seht ihr hier einfach nochmal im Moment, ja, gestern hatten wir 51 Punkte beim 4-In-Grid-Index, heute sind es 52 Punkte, sollte man immer mal so ein bisschen im Hinterkopf haben, ja, an der Stelle, wie sich das Ganze hier im Moment entwickelt. 4-In-Grid-Index zeigt uns ja, wie die Leute im Moment ihre Marktstimmung ist, ja, haben sie sehr, sehr große Angst oder sind sie euphorisch und investieren in den Markt rein. Im Moment ist es wirklich hier so 50-50, ja, deshalb sollte man das Ganze trotzdem weiterhin einfach mal im Auge behalten. Des Weiteren wollte ich euch nochmal einen größeren Chart zeigen und zwar seht ihr hier den Weekly Chart, ja, von Rekt Capital auf Twitter habe ich das Ganze gefunden. Und da haben wir die Sache jetzt sehr interessant. Wir haben uns nämlich dann gestern auch nochmal die Weekly Candles angeschaut und bei den Weekly Candles ist es jetzt so, sollten wir einen Weekly Close über 43.280 Dollar haben, ja, also über dieser Linie hier, dann ist es ein sehr, sehr bullisches Zeichen und technisch gesehen wäre dann die Bahn frei Richtung 52.000 US-Dollar, ja. Ihr seht das hier ganz gut. Wir hatten einmal hier Support, wir hatten dann hier auch nochmal Support, wir hatten hier Widerstand, wir hatten hier auch nochmal Widerstand und wenn wir hier einen Weekly Close hier drüber haben, ja, ist das ein sehr bullisches Zeichen für den Bitcoin Preis, weil die eine Woche hier zuvor hatten wir es versucht, hier den Weekly Close hier drüber zu schließen, aber die Weekly Candle ist dann hier unterhalb der 43.280 Dollar geschlossen worden. Also auch hier seht ihr ganz gut, dass sich das ausspielen könnte und wir hier gegebenenfalls hier höhere Preise sehen könnten Richtung 52.000 US-Dollar, ja, was ich dann euch auch gesagt habe, dass das möglicherweise vielleicht dann auch unser Boden gewesen ist und hier die Korrektur vorbei ist und der nächste Preis hier oben bei 52.000 Dollar liegen könnte. Also da auch nochmal sehr interessant an der Stelle. Dann nochmal eine kleine Krypto-News, ja, und zwar ist es im Moment im Staat Colorado oder Colorado möglich, jetzt eure Steuern mit Bitcoin zu bezahlen. Ja, ihr habt es richtig gehört, ja, in den USA ist es möglich, eure Steuern jetzt mit Bitcoin zu bezahlen. Also auch hier nochmal sehr, sehr positive News meiner Meinung nach. Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare, was ihr davon haltet und vor allem, ja, was ihr von diesem Weekly Chart hier haltet. Ja, das schauen immer sehr wenig Leute an, aber der Weekly Chart ist hier auch nochmal ein sehr gutes Indiz dafür, wenn wir hier halt diese Weekly Candle darüber schließen, dass es durchaus weiter nach oben gehen könnte. Also, dann gehen wir hier nochmal rein Richtung Ethereum, schauen uns Ethereum an, wie es hier im Moment aussieht und ihr seht auch ganz gut, ja, bei Ethereum wird die Sache jetzt hier sehr spannend werden und zwar haben wir jetzt hier die 3.000 US-Dollar als Support hier durchbrochen und es ist jetzt so, dass wir selbst auf dem 4-Stunden-Chart jetzt auch hier einen Switch, ja, wieder der EMA Rivens haben. Das heißt, der 50er ist durch die 200er geswitcht, aber wir haben noch keinen Switch vom 100er zum 200er EMA. Hey, das ist die blaue Linie und die rote Linie. Sollten wir hier auch noch einen Cross bekommen an der Stelle, gehe ich wirklich davon aus, dass wir hier bei Ethereum hier höhere Preise sehen können, aber, ja, behaltet einfach ein was im Auge und zwar, das ist nämlich folgendes, dieses Hoch hier, ja, also 3.200 Dollar, da müssen wir erstmal drüber, dann die 3.259 und dann kommt hier nochmal dieser Widerstand rein bei 3.387. Sollten wir hier drüber kommen, ja, und ihr seht auch hier, hier formt sich einfach ein wunderschönes Inverse Head & Shoulders Pattern hier im Moment aus. Ja, sollten wir hier drunter kommen, äh, drüber kommen, sorry, dann ist das technische Preisziel hier oben die 4.400 US-Dollar, ja, also das muss uns bewusst sein, aber passt einfach auf, ja, passt auf die EMA Rivens auf, was da dementsprechend dann auch reinkommen könnte. Volumen sieht eigentlich ganz okay aus, aber auch auf dem 4-Stunden-Chart, ja, ihr seht einfach, wir haben trotzdem erstmal weiterhin abfallendes Volumen mit einem steigenden Preis. Also da sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein an dieser Stelle. Dann gehen wir noch rein Richtung Bitcoin-Dominanz, schauen uns das an, was bei der Bitcoin-Dominanz im Moment so ein bisschen los ist. Hat sich nicht allzu viel verändert, ja, wir spielen hier immer noch hier diese Range, ja, schon seit, ja, 13. Mai, also wir sind eigentlich fast jetzt ein Jahr, kann man sagen, jetzt hier unten in dieser Zone, ja, und es tut sich nicht allzu viel. Müssen wir mal im Auge behalten, was sich dann tun wird, falls wir hier, falls wir über die 44% hier drüber kommen, ja, das ist ja hier diese Downtrend-Linie an der Stelle, falls wir hier drüber kommen sollten, was dann passiert. Aber ich persönlich gehe einfach noch weiterhin davon aus, dass wir hier erstmal in dieser Zone bleiben werden. Aber wir haben auch hier einen Cross von dem 100er und dem 200er EMA-Riven. Das letzte Mal, wo wir das gesehen hatten, war hier am 1. November 2020, ja, ihr habt richtig gehört. Also das könnte dann auch nochmal einen kleinen Move hier zur Folge haben. Schauen wir mal, ja, also Bitcoin-Dominanz, einfach mal immer ab und zu mal im Auge behalten. Dann will ich trotzdem nochmal ganz kurz auf Dome eingehen. Jo, also ihr seht schon, Dome absolut am Eskalieren. Schreibt gerne mal unten rein in die Kommentare, ob ihr dort investiert seid. Ich will euch jetzt trotzdem sagen, passt jetzt auf, ja. Wir gehen auf die 10-Cent-Marke hin und die 10-Cent-Marke ist eine Marke, wo viele Leute dementsprechend wahrscheinlich das erste Mal Profite realisieren werden. Deshalb passt auf, alles, was hier so krass steigt, ja, kommt auch nochmal hier runter und hat nochmal eine Korrektur, bevor wir hier dann den nächsten Move nach oben machen könnten, ja. Also da unbedingt vorsichtig sein. Ich habe dazu ja auch zwei Videos gemacht, habe euch das Ganze erklärt, wie man auch in den Pre-Sale gekommen ist und so weiter und so fort, ja, was Everdomen die ganze Zeit auch ist und was da geplant ist und so weiter. Deshalb könnt ihr euch da die Videos einfach gerne mal anschauen. Ich verlinke euch einfach mal das eine jetzt hier oben direkt, hier, da könnt ihr einfach das mal anschauen. Ja, Leute, das soll das besondere Video auch gewesen sein, ja. Solange wir hier in der Seitwärts-Range sind, werde ich euch natürlich auch den Laufenden halten, auf meinen YouTube-Kanal und auf meinen Social-Media-Plattformen. Deshalb schaut da unbedingt rein, der Telegram-Link, ganz wichtig. Da kriegt ihr einfach nochmal kostenlosen Content, das solltet ihr einfach nicht verpassen. Ja, wir steuern hier fast jetzt auf die 10.000 Mitglieder jetzt hier hin. Lasst uns die 10.000 Follower hier noch voll machen. Also, da poste ich immer sehr wichtige Informationen für euch rein, ja, zu Trades, zu möglichen Chart-Pattern und noch vieles, vieles mehr, ja, auch zu wichtigen Videos. Deshalb kommt da unbedingt rein. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ist einfach nochmal kostenloser Content an dieser Stelle. Gut, dann soll es das für das heutige Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und in diesem Sinne, ja, genau, noch ein wichtiger Punkt bei Bitbull Trading wird es dann heute einen Close geben, der der Gold-Memberschaft, ja, weil wir einfach sehr, sehr viele Leute da schon drin haben und ich will da keine 200, 300 Leute drin haben. Ja, das soll eine exklusive Gruppe nämlich sein. Und deshalb wird es heute dann den Cut geben. Das heißt, ja, wer sich da noch registrieren will, kann es noch machen. Aber ab Mittag werden wir hier definitiv zumachen. Und dann soll es das für Bitbull Gold-Memberschaft dann auch gewesen sein. Ihr könnt euch dann noch in eine Warteliste eintragen. Das ist dann auf der Homepage dementsprechend gekennzeichnet. Ja, und dann werdet ihr gleich benachrichtigt, falls wieder ein neuer Platz frei werden sollte. Gut, dann passt auf euch auf. Schönen Tag wünsche ich euch. Euer Basti. Ciao, ciao.